Ich habe keine Angst, auch dahin zu gehen, wo es wehtut. Ich gehe für Sie in den Ring. Ich möchte mit Ihnen unsere Ziele für Uebach-Palenberg erreichen. Ich möchte die Menschen da abholen, wo sie leben, und ich habe keine Angst, mir für sie Prügel abzuholen. Ein Bürgermeister, der für Sie fightet. Für Sie, für die Bürger. Ich unterstütze Oliver Walter. Ich mache mich fit für die Stichwahl am 27.09. Bitte gehen Sie wählen. Wählen Sie Oliver Walter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.